so weiter geht's liebe leute mit der international track day tour herzlich willkommen zurück zu GRID mit diesem start in die neue woche let's go wir nehmen ja den pagani und diesmal sind es drei rennen er fangen wir mit der ersten runde christen was denkst du ich denke ja dann schauen wir mal was haben wir jetzt hier heute roten ich bleibe lieber auf abstand damit sich die lage wieder beruhigt ok angreifen ich versuch's weiter zu gehen im moment ist angreifen nicht möglich ich glaube du hast jemanden wütend gemacht ich hab doch immer aber grünen dort sind doch nicht mehr aber gut der ist bestimmt so ob ich den geholt hab guter start bleib an der spitze ok angreifen bestätigt so diesmal sind es auch nur drei runde fix über die letzte ja oh 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 Ich höre dieses Kugengesteckel hier durch. Wir gehen in unsere letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Einer habe ich auch an der Wacke gegeben. Der versucht aber noch ein bisschen was. Führung aus dem Spiel. Führung aus dem Führung. Führung aus dem Führung aus dem Führung. Führung aus dem Führung aus dem Führung. Führung aus dem Führung aus dem Führung. Ok! Angreifen! Ich versuch's weiter zu gehen! Da kommt der Schock. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein! Wir holen heute unseren fünften Sieg. Also während der Aufnahme jetzt hier. Auf neun ist er noch vorgehüpft. Okay. Aber gut, okay. Diesmal haben wir ja drei Rennen Zeit. So, okay. Rennen Nummer zwei. Weiter geht's mit Indianapolis. Auf jeden Fall sind es drei Rundenrennen. Und der Teamkollege auf eins. Na gut, bin ich zufrieden mit. Mal gucken, was ist hin, was von mir da rauskommt. Guten Abend, Indianapolis. Christen, müssen wir vor dem Start noch etwas wissen? Mal sehen, wer diese nasse Oberfläche bezwingen kann. Man muss die Limits kennen und sie hierfür anpassen können. Dann hat man eine gute Chance. Es ist klar, dass sich einige Fahrer hier mental zurückhalten werden. Danke, Christen. Ich freue mich schon auf Pferde. Mir wurde gerade gesagt, dass das Rennen in den Sekunden beginnt. Noch zusammen. So, ich habe mal vorbeigedrückt an den Links. Und der nächste, wenn sie, ich hoffe, das auch immer hier so ein bisschen, wenn man sich noch im letzten Moment vorbeizurequetschen. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Deine Teamkollegen, Ram, bringt uns nicht weiter. Das sieht nicht aus. Warum werde ich hier nicht kommen? Die Antwort war, von dir lasse ich mir nichts befehlen. Krasse Scheiße. Na gut, der ist angepisst. Ich habe mich auch immer leicht berührt. Nee, ist ein bisschen angitzig gerade, der Kollege. Die Antwort ist nein. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Das sieht ein bisschen angst. Das sieht nicht aus. Das ist ein bisschen angst. Das kommt jetzt an. Das ist ein bisschen angst. Das ist nicht angst. Ah, leider bringt es mir gar nicht zu ihnen anzukriegen. Leider geht es mir nicht, aber komm, das wird so umfotzig. So, letzte Runde. Letzte Runde, bleibt es zum Ende in Führung. So, das ist ein zweiter Regen. Ich habe es versucht, keine Antwort. Der müsste nicht mitbekommen. So, die geht es nicht. Es liegen mehr als 10 Plätze zwischen dir und deinem Rival. Gut geschafft. So. Eins und zwei, das ist immer gut. Wir haben noch einen Rennen, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Es müssten ja drei insgesamt sein. Zwei haben wir, glaube ich, jetzt durch. So. Und jetzt haben wir noch mal Sitten im Muttersportpark. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Chris, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen. Und so, wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger. Aber wer wird es sein? Ich bin echt gespannt. Nicht mehr. Okay. Tut mir leid. Ich glaube, dass wir jetzt wieder nach vorne drücken können. Oder wir helfen können. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Okay. Es wird angegriffen. Ich mag es nicht, wenn sich da noch einer irgendwie durchdrückt. Durchdrückt. Ja, so wird es kommen ja auch nicht hier momentan nach vorne. Hey, bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Das ist das Problem, wenn ich an einem vorbeikomme. Vorsicht. Du hast dieses Auto einmal zu oft gewandt. Keine Chance. Ich versuche ein bisschen vorbeizuarbeiten, aber ich habe keine Chance, da vorbeizugehen. Geil. 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 Das Funkgerät ist abgeschaltet. Du sagst wohl nein. Der hat keine Motade. Halt dich zurück, du hast jemanden zur Weißgut getrieben. Ist mir gerade egal. Ich bin selber gerade aufs andere Piss. Jeg kann überhaupt nicht sagen, dass ich sie eben miteinander CredEnter ist. Du bist sänger. Das ist die letzte Runde. Ich glaube, dass der Tiefkollegger ein bisschen ernetzt ist gerade, weil der nämlich auch schon wieder direkt mitgezogen ist. Das ist die nächste Runde. Das ist die 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 Runde.